Das böse Obunga-Monster ist aufgetaucht und zerstört die ganze Stadt. Und guten Morgen! Boah, hab ich hier lang gepennt, Leute. Ich bin noch ganz verschlafen, ey. Auf jeden Fall guten Morgen, Leute. Was geht? Und, äh... Was gehen denn hier die Leute am Automaten an? Ähm... Gibt's auch einen Supermarkt in der Stadt, Leute. Wollt ihr euch noch nichts mal zu essen holen? Und, äh... Was geht, Peter? Was machst du so früh schon wachsamer? Willst du dich ja auch am Automaten anstellen, oder was? Aber was geht, Alter? Du bist viel zu gut gelaunt. Wieso viel zu gut gelaunt? Ich bin immer gut drauf, Leute. Deswegen lasst mal ein Like oder ein Abo. Einfach im Supermarkt was. Du hast ja noch kein Fernsehen geguckt, oder? Das böse Monster Obunga wurde freigelassen und zerstört die ganze Stadt. Obunga? Was soll das denn sein? Ähm... Alles klar, Obunga. Davon hab ich ja noch nie gehört. Was soll das sein? Das ist ein Bild eines bösen Mannes, was einen verfolgt und einen töten möchte. Ich verrate dir, wie du es aufhalten kannst, wenn die Leute ein Like und auch ein Abo auf dem Kanal da lassen. Leute, like jetzt mal sofort das Video und auch lasst auch ein Abo da. Ich bin gespannt. Ja, dann haben die gemacht jetzt. Deswegen erzähl mal, wie kann man das Monster aufhalten? Wie sieht das aus? Wo finde ich das überhaupt? Du wirst wissen, was für ein Monster es ist, wenn du es siehst. Aufhalten kannst du es, indem du auf seiner Heimatinsel die ganzen Tanks kaputt machst. Auf seiner Heimatinsel die ganzen Tanks kaputt machen. Okay, und wo ist diese Heimatinsel? Find ich das Monster dort? Mehr weiß ich leider nicht. Tut mir leid. Okay, krass. Ja, vielen Dank für die Info. Leute, wieso geht ihr nicht zum Supermarkt? Das hat er mir übrigens auch nicht geantwortet. Hier der Automat. Ist irgendwas drinne? Oh. 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 Okay, ich glaube, dem geht es gar nicht mehr gut. Der hat hier kein Essen mehr bekommen. Leute, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Die Stadt ist ja richtig im Wandel hier. Ist ja richtig im Aufbau. Guck mal hier. Oder im Umbau. Hier auch. Guck mal. Da steht auch noch einer an der Straße. Wenn der mit mir redet. Hä? Da ist doch... Nee, die Spielepansule. Jo, was wird denn da bei der Brücke gemacht? Nein. Das sieht ein bisschen aus wie Sprengung. Wollen Sie die Brücke springen? Warte mal. Sprengen kann das ein bisschen passiert hier Bescheid. Hallo. Ich sehe gerade hier bei der Brücke, da ist Nitroglyzerin angebracht. Wollen Sie die Brücke gesprengen oder was? Ding des bösen Monsters. Oh, Punkt. Da soll die Brücke gesprengt werden. Dann kommt es nicht mehr rüber. Es ist nämlich gerade in der Stadt. Okay, krass. Ja, dann helfe ich doch direkt mal mit. So. Ich muss mal hier ganz kurz einmal das Gewehr raussuchen. Da haben wir es. Und. Zack. Und. Boom. Oh mein Gott, Leute. Ich habe einfach gerade die Brücke gesprengt. Okay, das hat doch besser funktioniert, als ich dachte. So kann das Monster auf jeden Fall nicht mehr rüberkommen. Sehr gut. Jetzt kann es nicht mehr rüberkommen. Ich habe aber gehört, auf der Stadtseite sind noch einige, die noch rüberwollten. Oh nein. Habe ich jetzt den Weg versperrt? Oh Gott, Leute. War das vielleicht blöd. Hätte ich vielleicht auch die Polizei warten müssen, bis sie kommt und die das selber sprengt. Ich meine, ich habe jetzt hier einfach selber das entschieden, ob ich hier sprengen würde. Aber hier kommt auf jeden Fall das Monster nicht mehr rüber, würde ich sagen. Wobei, das kann natürlich hier noch rüberkommen. Okay, also das muss ich gleich auch noch sprengen. Aber für die Leute, die hier noch auf der anderen Inselseite sind, für die reicht das vielleicht doch. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass jetzt hier irgendwo aus der Ecke dieses Obonga-Monster kommt. Ich habe auf jeden Fall die Kanone ready. Deswegen bin ich mal gespannt. Das sieht hier auch schon sehr evakuiert aus. Leute, Leute, geht auf die andere Seite schnell. Das Obonga-Monster ist hier irgendwo. Okay, Leute, ich glaube, das ist das Koppelspöder gewesen oder was? Die Saaten waren auch ganz schön dünn. Ähm, hier irgendwo. Da hinten steht noch einer. Da sind auch ganz viele. Ah, das ist von der Polizei der eine da. Ah, ja, okay. Das heißt, der sagt denen da gerade Bescheid. Da ist eine Garage, ja. Der Mann hier. Hallo, Sir. Sie müssen sofort auf die andere Seite, denn das böse Obonga-Monster. Sie haben vielleicht gehört, dass es hier irgendwo frei rum läuft. Äh, 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 äh. Hä? Was ist mit dem denn gerade passiert? Der ist umgekippt. Hat der irgendwas gesehen? War hier gerade... Nein. Ich sehe dich hier irgendwo, Obonga-Monster. Ist das hier irgendwo oder was? Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt hier gleich rauskommt. Ich glaube, der hat es angeguckt und deswegen ist der umgekippt. Sir? Sind Sie doch wach? Was war es denn, Leute? Oh mein Gott. Ich glaube, der wurde entweder gebissen oder irgendwie hat er das Monster angeguckt. Ich weiß gar nicht genau, wie das aussieht. Hier irgendwo Obonga-Monster. Guck mal, da ist so eine Oma. Die ruft auf jeden Fall in der Telefonzelle nochmal an. Hallo, Omi. Kann ich Ihnen helfen? Müssen Sie irgendwie noch auf die andere Straßenseite? Ja, ich bin aber einfach zerbrechlich und ich kann nicht mehr gehen. Ich brauche ein Auto. Ein Auto. Okay, alles klar. Ich werde eins organisieren. Da sind noch mehr Leute. Alles klar. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Monster jetzt jede Sekunde auftaucht. Ich weiß nicht, was. Hier geht aber irgendwas kaputt. Leute, ihr müsst alle auf die andere Seite. Ich wollte es nur mal sagen. Wir sind ja noch überall... Oh mein Gott. Was war das denn gerade? Habt ihr es gesehen? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Die Autos. Nein, das Monster. Leute, das Monster. Was passiert mit mir? Wo bin ich? Oh mein Gott, Leute. Auf einmal kam ich hier raus. Alter. Jetzt habe ich auch gesehen. Das war dieses Obunga-Monster, von dem ich geredet habe. Wie finde ich denn jetzt diese Insel von dem? Ich will nicht, dass das hier weiter die Stadt kaputt macht. Äh, ein nettes Obunga-Monster. Guck mal, da unten spielen einfach welche auf so einem ganz schlecht gemalten Fußballplatz. Da ist ein Helikopter. Den brauche ich. Da ist die Brücke. Die haben wir ja gesprengt. Okay, die Leute müssen sich selber retten, Leute. Wenn überhaupt noch welche da sind von denen. Aber das Obunga-Monster. Oh. Boom. Okay. Alles gut. Das Obunga-Monster. Ich habe ein bisschen Angst, dass es auftaucht. Ich muss irgendwie zum Helikopter kommen, bevor es mich nochmal erwischt. Äh, gut, dass ich hier mitten in den Strom gefallen bin. Alles gut. Leute, ihr müsst sofort auf die andere Straßenseite. Das Obunga-Monster. Wir haben durch hier gerade einen Polizisten. Ja, na, nicht hier durchdrehen, Kollege. Leute, irgendwas stimmt mit den ganzen Leuten. Wenn ich eben auch dieses böse Monster gesehen habe, wie das aussah, das wollte mich ja gefühlt auffressen. Jetzt muss ich nur ganz schnell zu mir Helikopter kommen. Äh, ja. Ich glaube, hier den Weg lang. Leute, ihr müsst auf die andere Brückenseite. Die wird gleich gesprengt. Dann kommt ihr nicht mehr rüber. Andere Brückenseite. Da haben sie verstanden. Oh mein Gott, ich muss den Helikopter finden. Leute, wir müssen dieses Monster aufhalten. Ich habe das Gefühl, dass es hier gleich schon wieder irgendwo ist. Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Muss ich nicht verstehen. So, ich gehe einfach hier ein bisschen ab. So, hier durch. Über den Spielplatz. Alles klar. Nein. Jimmy. Du kleiner Jimmy. Oh Gott. Du musst mit mir kommen. Du musst mit mir kommen, dass du böse und böse Monster läufst. Okay, wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn mit. Jimmy, alles gut. Ich rette dich nur. Wir können doch hier nicht einfach so ein Kind lassen auf dem Spielplatz. Wo ist jetzt der Helikopter gewesen? Guck mal, da bereitet sich die Armee schon vor. Was ist hier der Eingang? Wie kommen wir jetzt da rein? Nein. Brett bauen, Brett bauen. So, Brett, Treppe. Okay, das könnte funktionieren. Jetzt muss ich noch eine andere Treppe bauen. Geht das auch? Geht auch. Oh mein Gott. Okay. Jimmy, komm. Komm, komm. So, hier jetzt das Brett hoch. Oh Gott, geht das? Ja, das geht, das geht, das geht. Komm schon. Und hoch hier. Sehr gut. Okay, haben wir geschafft, Leute. Sehr, sehr wichtig. So, Jimmy. Wie kann ich dich jetzt am besten mitnehmen? Am besten mit dem Kabel verbinde ich dich. So. Alles klar. Ich habe das nicht im Boden festgemacht. Ich gehe rein in den Helikopter. Jimmy, halt dich auf jeden Fall gut fest da unten. Jimmy, pass doch auf da unten. Sag mal. Oh mein Gott. Jimmy ist auf jeden Fall am Start, Leute. Wo ist das? Nein, ist das so böse Monster. Seht ihr es? Da. Es zerstört die Leute. Es greift die ganze Stadt, Leute. Da seht ihr es. Ich schieße auf alles. Ich schieße auf alles. Du blöde so böse Monster. Guck mal, das macht einfach das ganze Haus kaputt da unten. Oh mein Gott. Was macht das? Was macht das? Wo ist das? Wo ist das? Ich lande hier oben drauf. Ich lande hier oben drauf. Guck mal, da steht sogar Hilfe oben drauf. Da ist es genau unter mir. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. So ganz klein. Leute, wir müssten nur irgendwo jetzt die Insel finden. Aber wo? In welche Richtung am besten fliegen? Das ist ja genau die Frage. Vielleicht ja. Da ist es. Ey, der hat sogar gerade die ganzen Autos weggeschneuert. Oh mein Gott, ich kann die Leute mich einfach so allein lassen. Leute, wir müssen denen irgendwie noch helfen. Jimmy, ich gehe hier mal ganz kurz runter. Ich muss nämlich... Oh mein Gott, da hat ein Kran. Warte, nicht auf die Schule. Nicht auf die Schule da jetzt. Das macht man nicht. Was ist das für ein Monster, Leute? Oh Gott, ich schieße die Raketen irgendwo hin. Völlig falsch, dass wir in die Häuser kaputt gehen. Ups. Oh Gott, Jimmy, hält dich gut fest da unten, okay? Ich muss mich hier raus landen. Ich muss hier raus landen, warte. Zack. Okay, alles gut. Jimmy, der halte mich mal ganz kurz fest. Wo ist das Monster? Wo ist das Monster, ja? Das ist doch hier irgendwo. Hoch wieder, hoch wieder. Oh mein Gott, das war knapp. Wo ist das Umbunga-Monster jetzt? Ich muss irgendwie... Da ist es. Ihr seht es. Oh mein Gott, wie es mich anguckt. Wie es mich anguckt. Habt ihr es gerade gesehen, wie gruselig es aussah? Okay, warte mal. Ich hatte doch hier irgendwo ein Gewehr. Warte mal. Hier, irgendwo. Da. Komm doch raus, Umbunga-Monster. Komm doch raus. Wo ist es jetzt? Ich soll hier abschießen? Umbunga-Monster. Alles gut, alles schön. Ich gehe mal hier rüber. Ne, Leute, ich finde es nicht. Ich muss irgendwie... Da ist es. Bam! Bam! Wieso bringt das nichts? Oh mein Gott. Du willst mir sagen, das Monster hält einfach Kugeln auf. Okay, ihr habt recht. Der eine hat ja gesagt, wir müssen auf der einen Insel einfach die ganzen Kanister zerstören. Aber ich habe auch noch... Ich frage mich auch, was er damit meint. Die Kanister. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier nochmal, komm schon. Ne, okay. Das bringt nichts, Leute. Wir müssen die Kanister finden. Wir müssen diese Insel finden. Aber gut, ich fliege einfach mal hier übers Wasser. Vielleicht kommt die ja dann irgendwann. Alles klar, vielen Dank fürs Landen. Ich gehe raus, ich gehe raus. Leute, oh mein Gott. Einfach der Helikopter, der hier landet. Ich habe einfach Jimmy abgegeben auf so einer Seenotrettung. Seenotrettung-Insel. Weil ich glaube, auf der Insel ist man sowieso am sichesten. Und der Typ, der dort gearbeitet hat, das ist der hier. Der hat mir erzählt, das hier soll die Insel von Umbunga sein. Und wir sollen hier angeblich 28 solcher Kanister zerstören. Ich bin sehr gespannt, ob es wirklich 28 sind. So, das braucht schon mal Kanister Nummer 1 von 28. Ich bin gespannt, ob wir hier wirklich alle finden werden, Leute. Wir müssen wirklich genau die Augen aufhalten, dass wir hier bloß alle finden. Ihr seht schon unten links kommt so ein Code angezeigt. Angeblich soll irgendwie ab dem 15. Kanister Umbunga kommen, ne? So, oh mein Gott. Drei, vier. Okay, vier Kanister haben wir jetzt schon mal. Äh, wie viele gibt es hier noch? Vier Kanister haben wir. Okay, da oben. Wisst ihr das? Vier Kanister? Okay, warte mal. Oh mein Gott. Ich schieße hier lieber mal in eine andere Kanone. Nicht, dass hier irgendwas noch passiert. Hier mit der Drohne könnte ich auch rumfliegen und rumgucken. Vier Kanister haben wir. Oh Gott, sie geht auch nicht mehr richtig in die Gun. Dann nehmen wir lieber nochmal was anderes. So, nehmen wir das Gewehr hier. So, zack. Und bam. Fünf. Sechs. Okay, sechs Kanister haben wir. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, wie viele sind das? Sind ja vier Stück hintereinander, oder was? Oh mein Gott, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Sieben, acht, neun, zehn. Für zwölf oder so. Wie viel haben wir denn jetzt? Zwölf Kanister oder so? Gut sein, ne? Zwölf Kanister haut hin. Ich glaube, auf 15 Kanister kommt dieses größe Obunga-Monster. Äh, mal gucken. So, hier nochmal hoch. Da ist einer. Ja, da ist einer. So, 13. Wo ist denn noch einer? Hier oben? Oh mein Gott, hier einfach drauf. 14. Oh nein. Ihr wisst, was das jetzt heißt. 15. Jetzt muss das Monster irgendwo sein. Passiert irgendwas? Nö. Nö. Alles gut. Doch ist es nicht da. Okay, dann mache ich hier halt noch einen kaputt. So, zack. Sechzehn. Hier noch irgendwo einen übersehen. Es kann sein, dass die überall versteckt sind, ne? 16 Kanister haben wir jetzt schon. Hier nicht runter. Hier nicht runter. Wieder hoch. 16 Kanister einfach schon, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass das Monster gleich kommt. Oh, hier oben. 16. 17. 18. 19. Oh mein Gott, Leute. Wie viele habe ich jetzt schon? Hier ist hier irgendwo noch einer nach draußen. Oh mein Gott, Leute. Hier ist gerade irgendwas passiert. Was war das denn? Hä? Haben wir gerade explodiert oder was? Alter, auf einmal ist der Turm hier explodiert. Wieso auch immer. Da ist es so boh, der Monster. Oh mein Gott. Guckt die euch an. Guckt, wie ihr mich anguckt. Guckt, wie ihr mich anguckt. Oh nein. Ist mein Helikopter doch da? Das Wetter hat sich auch geändert, oder? Ey, ich hätte damit aufhören sollen, Leute. Okay, wir haben aber fast alle. Wir müssen, wir haben fast alle Kanister. Deswegen alles gut. Wo könnten noch mehr sein? Wieso hat er vor allem auch hier auf mich geschossen? Hier oben drin, ist hier noch, war hier noch welche? Hier ist noch einer. Okay. Wie viele sind wir? Haben wir jetzt 18 oder so? Boah, keine Ahnung. Da ist auch noch einer. Warte mal. 18 Kanister oder sowas haben wir da jetzt bestimmt schon. Warte mal. Dann hier Pistole. So. 18, 19. Haut das hin? 19 Kanister. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier rüber. Haben wir hier auch noch welche in diesem Gebäude drin? 19. Ja, 20. Sehr wichtig. Du Böde, so Bungemonster. Du haust ab. Wo ist der Helikopter? Nein. Macht keinen Spaß jetzt. 19 haben wir. Oder 20 jetzt? Ich weiß nicht mehr, Leute. Ich vergesse, schreibt mal die Kommentare, wenn ihr mitgezählt habt. Oh Gott. 21, 22, 23. Zählt das? Das ist hier irgendwo. Es kommt. Es passiert was. Raus hier, raus hier, raus hier. Oh mein Gott. Ich mache hier den ganzen Charm kaputt. Wie viel hatte ich jetzt? 23 oder so? 23 könnte Sinn machen. Da ist auch einer. Oh Gott. Hier. Komm, explodier doch. Ich treffe ihn nicht. Bin zu schlecht. Da, 24. Oh mein Gott, wie das ganze Haus abbrennt. Ich fliege mal gerade sehr hoch. 24, 25, 26, 27. Wie viel gibt es? 28. Oh mein Gott. 29. Okay, sehr wichtig. Hätte ich nicht nur 28 Stück gebraucht. Jetzt habe ich schon 29, glaube ich. Oder weniger oder mehr. Ich weiß es nicht. 29. Gibt es hier noch mehr? Ich muss ein Gewehr mal ein bisschen rumgucken. 29. Da ist noch einer. Warte mal. Zack, 30. Da ist auch noch einer. Ja, 31. Bin da irgendwo einer? Da. Oh mein Gott, als würde ich es wissen. 32. 32 Kanister. Jetzt ist das so Bongo-Monster hoffentlich weg. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es einfach aufgehalten. Ich glaube, ich habe das böse Monster einfach besiegt. Leute, wie krass. Okay. Alles gut. Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Wo ist der Heli? Kommt doch. Da kommt es, Leute. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Wo ist der Heli? Wo ist der Rest vom Heli? Leute, es kommt. Nein, hoch mit dem Jetpack. Oh mein Gott, ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Ich muss hier wegkommen irgendwie. Wie komme ich jetzt hier von diesem... Ja, wie es mich anguckt. Wie es mich anguckt. Es kommt, Leute. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Ich muss weglaufen. Ich habe wirklich Angst vor diesem Gruselmonster. Das sieht doch so gruselig aus. Hau ab, du Bongo. Ich dachte, ich hätte... Der fehlt noch. Bum. Bum. Jawohl, Leute. Und damit habe ich es weggehauen. Guckt euch die Insel an. Das Monster wurde in die Flucht geschlagen. Alter, wie gruselig war das einfach. Wir haben alle Kanister gefunden. Leute, sehr, sehr gut Monster aufgehalten. Lasst ein Like oder auch aneinander. Wenn ihr euch mal zuschaut. Und unbedingt mal checkt euch meine Videos aus. Folgt mich auch gerne bei Instagram für Storys aus deinem Leben. Oder wenn ihr mich beschreiben wollt, ich antworte da jedem. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Und ciao, ciao.